20er und ein 17er am Team gegen seine Jörg Kölner 30.3 und nachdem es geht 88.2 und 216 der Ernst und für ein Matchmaking Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Erdgeschoss Erdgeschoss Erd poder Biohazard container located. Proceeds to its location. Was ist denn, die kann kaputt gemacht? Ich. Ja, und kein Hauptbrecher. Versteckung. 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 Und Smokey ist ein Pingshondraer. Ash, can I have a cram around here? Wo war die cram around? Da ist die Dinger, die Alibi. Jetzt sind wir von einem Schild. Klapp. Ich hab 18 Leben. Oh blass, die Dings, so ne KV-Summel. Lucky Headshot. Nee, ist ein Bandit. Ich geh schon in die Drohne, schnitz dich kurz. I am deploying a drone. Nimm mich so, stehst du direkt vorm offenen Fenster. Ah, ne Scheiß. Bandit ist im Raum. Hier Franz, hier links irgendwo. Die Alibi hinter nem Schild. Das Problem. Du hast vier halt mit der Drohne hier sehen. Abgefuckt. Es hat in diesem Raum kein anderes Fenster gibt, wo du dann irgendwie von hinten kommen kannst. Ja, ich meine, von allen Seiten mal verschuldet das jetzt auch. Sag ich mal nicht. Kein Wunder. Im? Okay. T portion mit der Drohne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin so im Arsch. Ich bin so scheiße, wo man einfach nur für ein M-Set oder so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ist da irgendwo Fenster offen, Franz? Ja, das Fenster ist offen. Und ich hab die Montage gemacht. Dann raus noch am Fenster. Der Jäger soll was machen. Alter, war das ein Lack. Das erste Mal im Leben, dass ich zufällig Dropshotten gemacht habe. Das ist einfach nur traurig, dass wir mit so einem eigentlich Scheiß-Team gewinnen hier. Wie denn Sledge mit Pumpe, Alter? Ich bin so. 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 Wir müssen wie der Biohazard todos bemüHR immer verschwarten. Ihr müssen den Biohazard nahm. Die ganze Ter effects wurde ersetzt. Das runterger Ware ist frei. Randgeschoss ist frei. Aber er aufgenommen wird der zweite Diabwehr. 2 1 2 Jäger mit Pumpe Jäger mit Pumpe 1 Maestro oder eine Alibi? 10 Sekunden 1 Maestro mit Pumpe 1 Maestro 1 Maestro Elisabeth fracture ganz kannst du den was den typen der da hat liegt eine alibi kann alles in den kleinen raum alles Der fliegt Ah, der ist tot Auch mit Holos, Alter Kapkan war in der Ruhe Er ist gerät Wohin Auf Wohin 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 Ja, Franz und Frage einfach mal nach Ja, mache ich gerade schon Nein, ich hasse diese E-Page, die ist gut geißer Ja, das auch Oh, du hast verkehrt, weil Ich habe diesmal keinen Das war eher so rein Ja, lass öffnen Ja, lass öffnen Ja, die Cam ist gut, die dritte Machen wir nicht den gesamten Raum sehen Montagne Ich denke, die kommen alle vorne lang Ja, lass öffnen G drücken kann Dann hat's Oh, 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 Junge Wie jeder kann What's up Äh Petroid, heute doch eigentlich wieder los Ja, also Was ist es? Was ist es? Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin tot ähm Franz hast du jetzt gefragt wegen der hier wegen der Uhrzeit ich mache ich setze noch eine cam da rein kann sie den dann noch mal markieren da hat er auch so jawohl die 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 Der Brunnen hat den Biohazard-Biohazard-Container gelegt. Ich werde ihn mal runterlegen. Boah, f*** dich doch. Ich kann das nicht so viel. Mein Gott. Die beiden Sachen werde ich angerufen. So, man geht durch Drop. Und hier vorne. Und hier. Und hier ist man Tanya. Franz, kannst du mir helfen? Nein, ich bin tot. Ey, man! Hipbox ist endlich! Alter, was macht der scheiß Capacan? Keine Ahnung Ja, was er denn da war Ich hab keine Ahnung Ich weiß mal, Tanja sch- 16.30 Uhr bei mir Okay